Endlich! Frenzy Farm ist weg! Meine Güte, ich hab nur zu Frenzy Farm gehasst, man. Ohne Witz. Oh, lass du gehen. Hey, die geile Stadt, Digga. Digga, warum lenkt das so doll bei mir gerade? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Ihr habt doch verkackt gerade. Wie komm ich das hier hoch? Komm her, du Dreckiger. Komm her, in Gottes Namen. Ich check hier das Ding nicht, Digga. Boah, das... Okay, Freunde, ich hör sehr viele Zeps gerade. Digga, habt ihr so weak gewappelt mit 156 SPS. Okay, warte, warte. Let's go. Interessant, interessant. Ich hab ne Idee. Zack, 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 zack. Ist noch safe hier oben, Digga. Richtig, UNO besiegt. Wait, 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 wait. Oh mein Gott. Was geht da ab? Iron Man, Iron Man ist wahnsinnig! Digga, was macht Iron Man hier? Digga, ich hab Angst! Ah! Okay, 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 Bruder, Bruder, was hast du so Schönes? Du hast so einige Geschenke für mich gerade. Okay, das ist eine Ultra-Attacke, glaube ich. Oder ich check gar nicht. Vielleicht ist das eine Ultra-Attacke? Unibeam, das ist eine Ultra-Attacke. Was mache ich? Das wollte ich gar nicht machen. Okay. Wenn das eine Main-Attacke ist, die Standard-Attacke und das die Ultra-Attacke ist. Ich hab ihn ja komplett aufs genommen gerade. Warte. So, warte. Äh, ich würde gerne die Schadschläge dann trotzdem mitnehmen, so. Ist das auf jeden Fall nicht? 20 Schaden? Oha! What? Was? Das geht über Wände! Es geht über Wände! Ey, das ist ja... Was ist das? Was ist das? Hä? Digga, ich check die Lage gerade gar nicht. Oha! Der macht Flächendamage. Ey, entspann dich, Digga. Der macht aber echt wenig Schaden, Digga. Der macht aber echt wenig Schaden. Das muss man schon sagen. Nein! Das ist grad nicht passiert, ne? Das ist grad... Das ist grad... Das ist grad... Das ist grad... Jetzt in Realtalk nicht passiert gerade, dass ich grad noch auf Geisterdruck geblogen bin, oder? Freunde! Zu Nummer 2! Hopps! Scheiße, ich hab keine Mun mehr. Nein! Schizzle, Alter! Oh mein Gott, so viele Gegner hier! Digga, komm nicht mal hoch! Da! Scheiße! Oh mein Gott, ich hab den Hopps genommen! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich hab den Hopps genommen! Der war krank! Dieser Shot am Ende war... Der war ja nicht mehr von dieser Welt, Digga. Ich glaub ich bin der beste Spiel auf dem Universum wieder. Ich hab uns gegenseitig gut weggefetzt gerade. Digga, ich muss halt echt aufpassen gerade. Und den Gegnern ist kein Spaß. Ich hab so veraimt gerade, ne? Ich schäme mich grad so doll gerade. So veraimt, Digga! Meine Güte! Ich hab zweite Runde, es war peinlich gerade. Ui, ui, Ui-Ui, ihr Freund. Ich hab irgendwo nenl Bigel gesehen. Ich schwör's euch. Ich hab irgendwo... Ah, ja! Ich hab mich verond Rabalti Gas ganz 얼�ens gegen Grad. their own, weil, die Gegner machen's mir gerade wirklich nicht einfach. Das muss halt zugeben, die H tense einfach alle. Die Gegner hälten einfach alle. Das ist halt übel gefährlich. Warte! Okay. Oha, Digga. Hey, heftige Anzüge. Das ist schon eine geile Stadt, Mann. Ohne Witz. Das gefällt mir ja übel. Sag mal, wie findet ihr die neue Stadt? Ich finde die übertrieben heftig. Lammusik ist aber echt gefährlich. Ich frage mich, ob das so ein Speziale haben. Wo seid ihr noch ein bisschen schneller sind? Oder einfach Lammusik in einem neuen Colorway? Mark V heißt er. Digga, der ist übel schnell. Der ist ja... Oh mein Gott, der ist ja... Hat keine... Sag mir nicht, der hat unendlich Tank. Das ist ein Hybrid, glaube ich, Digga. Oder ein Elektrofahrzeug. Und unendlich Tank. Oha, wie schnell der ist, Digga. 100 kmh. Was ist das denn, Digga? Wow, Digga. Digga. Das ist ja nicht mehr normal. Irgendwie krank ist das denn? Der hat ja keine Tankprobleme dann. Weil ich frage mich halt, wo ist Iron Man, der kleine Go? Wo ist Iron Man? Wenn er nicht hier ist, ist er... Muss er doch sein, oder nicht? Ein heftiger Wagen, Mann. Ohne Witz. Ich will mir gleich eine neue Version holen mit ein bisschen mehr Leben. Das Einzige, wo man den schrotten kann, ist halt, indem man halt sein Leben runterschießt. In den 800 hat der, glaube ich. Heftiger Modus, Mann. Ohne Witz. Diese eine Iron Man-Attacke, mit der du durch die Wände irgendwie schießen konntest, das war schon aber powered, ne? Aber das kann auch sein, dass einfach jemand Iron Man sein Stuff genommen hat und einfach weggedüst. Das war ja einfach lustig. Das kann natürlich auch sein. Weiß man alles natürlich nicht, ne? Die Zone ist auf jeden Fall nicht mehr bei mir. Ich könnte jetzt den Heli nehmen oder den Lambo nehmen. Also, schwieriges Thema, ne? Also, der Lambo gefällt mir eigentlich schon ziemlich doll. Aber wenn jetzt gerade den Heli hier ist... Oh, komm. Heute, heute. Komm, heute nehmen wir den Lambo, den neuen Lambo. Digga, ganz ehrlich, Mann. Wir sind doch jetzt nicht so dreckig, ne? So. Wow! Digga, da knallt, Digga. Oh mein Gott. Oh, der Wagen ist übertrieben schnell. Digga, das ist so geil, ne? Oh, das ist aber auch sehr overpowered eigentlich. Shockwave Nates. Ich nehme mal heute den Overpowered-Nasen. Boah, wie schnell der ist. Wow! Und ich brauchte wirklich nicht tanken. Ich brauchte nicht mal tanken. Wow. Guck mal jetzt. Wow! Hops genommen. Das war gerade... Das war gerade schon overpowered, was ich gerade getan habe. Ey! Lol. Lol. Geil! Geile Sache, Digga. Ehre, Digga. Ehre. Okay. Ein Bibi liegt hier. Weiß ich aber nicht, ob ich weglegen soll. Aber irgendwie finde ich meine Shockwave-Granate schon in einigen Hinsichten overpowered. Habt ihr gesehen, wie der weggeflogen ist? Habt ihr gesehen, was mein Lambo mit dem Wagen gemacht hat? Habt ihr gesehen, wie heftig mein Lambo war? Das war ja übertrieben overpowered gerade. Ah, Digga. Manchmal schwierig zu lenken, bin ich ehrlich. So! Wow! Hier war Action, Digga. Aber hier ist noch ein Gegner, warte. Gut gedorcht, Digga. GG. Was macht der? Ich hab' mir hart unterschätzt. Oh Gott, Digga. Wakatiri! 200! 200! Oh, Shit, Digga. Oh, Man. Der war echt toll. Aber ich hab so viele Gegner gerade. Scheiße. Äh. Egal. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Da oben. Ich bin zu schnell. Aber nicht schnell genug. Oh nein. Oh nein. Die finishen alles. Nein. Nein. Wartet doch auf mich. Den hab ich gelöscht. Ich hab ihn gelöscht. Ich hab ihn gelöscht. Ich hab ihn gelöscht. Ich hab ihn gelöscht. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab's genommen. Oh nein. Das machst du jetzt nicht. Iron Man ist hier, glaube ich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Er wird ganz wild gerade. Oh da. Heute ist noch ein großer Anderer. Hab ich einen Anderer? Die haben sich gegenseitig geholt. Ich hab die so umgebracht gerade. Kannst du sagen, was du willst. Was nervt eigentlich dieser Anderer Vollidiot? Okay, okay. Die machen ja wieder um Mutters Ehre wieder ein bisschen ernster. Ich merk das schon wieder. Ohne Witz. Komm. Mach, mach, mach. Komm irgendwie raus. Komm irgendwie raus. Ha, ha. Dinger. Oh. Da wird jemand aggressiv, merk ich, oder? Zeig dich, Bro. 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 Zeig, ich bin nicht weh. Manchmal bin ich echt auf der Power zu, wie ich spiele. Manchmal ist es echt dreckig, wie ich spiele. Ich spiele manchmal echt wie so ein Dreckiger. Da muss man sich echt zugeben. So. Zack. Zack. Ist hier irgendwo noch ein Gegner? Ich hab ja gesehen, dass er auf der Spitze des Berges ist. Da war ja jemand. Aber ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich brauche mal zur Sicherheit so. So, du kleiner Goofi. Okay, mein kleiner Freund. Ey, wo ist der denn jetzt hin? Oh. Mach. Mach, Bro. Geh raus. Ja. Oh. 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 Ver-aimt. Oh. Ver-aimt, Digga. Nochmal. Du kleiner Goofi, Digga. So. Aber keiner weiß, wo der ist. Ah, guck mal, der alte Lambo. Komm, mein neuer Lambo. Das ist der alte Lambo. Den du tanken musst. Man muss sich nicht tanken. Man muss gar nicht tanken. Haha. Okay. Ähm. Ich schwör's dir. Ich kann mir richtig vorstellen, dass es so ein kleiner Goofi ist, der sich hier versteckt, Digga. Ich kenne diese Leute. Oh, mein Gott, ich hab die heftigste Idee. Wo ist der Dreck hier überhaupt? Und ich hab das noch. Komm, mein Herz. Komm, mein Herz. Komm, mein Herz. Komm, Leute. Biss mir da ist mein Herz. oooooooo Hamburg ey daaaaaaay der beste der beste Digga, hab ich mal direkt ne Idee gehabt und direkt so krank umgesetzt als wäre ich hier World Best Player sein Daddy Digga, was ging ab, Mann Freunde, keines Update ey, ich glaub, morgen muss direkt nochmal wiederkommen immer noch eine neue Sachen, geile Sachen dazugekommen. Auf rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Da alle echte Schrift, wenn ihr das Update findet, ganz gefährlich. Und bis zum nächsten Mal.